Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier erkläre ich dir, was die Quersumme ist und wofür man diese braucht. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, das Wort Quersumme, das taucht immer mal wieder in der Mathematik auf. Da erklären wir erst einmal, was die Quersumme eigentlich ist. Nehmen wir mal die Zahl 4530. Dann ist die Quersumme die Summe der einzelnen Ziffern. Also 4530 ist dann 4 plus 5 plus 3 plus 0. 4 plus 5 plus 3 plus 0. 4 plus 5 ist 9 plus 3 ist 12. Also die Quersumme von 4530 ist 12. 8123. Dann ist die Quersumme 8 plus 1 plus 2 plus 3. Also 8 plus 1 plus 2 plus 3. 8 plus 1 ist 9 plus 2 ist 11 plus 3 ist 14. Also die Quersumme von 8123 ist 14. Jetzt hätten wir geklärt, was die Quersumme ist, fehlt noch der Hinweis, wofür man das Ganze braucht. Es gibt in der Mathematik Teilbarkeitsregeln. Also ist eine Zahl durch eine andere Zahl teilbar. Und für die Zahlen 3 und für die Zahl 9, da braucht man die Quersummenregel, um herauszufinden, ob diese Teilbarkeit vorliegt. Je nachdem, ob du dieses Video jetzt auf YouTube oder auf meiner Website siehst, findest du rund um dieses Video noch zusätzliche Videos und Texte, wo diese Quersummenregeln mit vielen Beispielen einmal erklärt werden. Viel Spaß damit!